Hallo, wir machen weiter bei Sonic Daytruck 1. Wir sind in der Scrap Rain Zone angekommen. Und ich will hier nicht runterfallen, glaube ich. Wir haben das letzte Mal einmal kurz so ein Bonus-Ding gesehen. What is this? Nein, ich wollte... Oh, das ist gemein. Oh, gemein. Zurück. Ich muss da hoch. Ich muss da kunden. Äh, ja, haben das letzte Mal so eine Bonus-Zone gesehen, in die man kommt, wenn man 50 Münzen hat und damit zum Ziel geht. So. Diesmal kommen wir hier vielleicht. Oh Gott. Das ist ja interessant. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob ich da wirklich hoch will. Nein, jetzt will ich ans Recht hoch, weil es schwierig ist, da hochzukommen. Und wenn wir den ganzen Part dafür brauchen. Okay, wie mache ich das am blödsten? So mache ich das am blödsten. Sehr schön. Nein! Oh! Okay, Timing. Nein, das war falsch. Jetzt. Jetzt. Ah! Dann spring halt auch, wenn ich jetzt sage. Dankeschön. Geht doch. Okay, wohin? Wie komme ich da hoch? Oh! Hallo, Blöcke aus dem Nichts. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Please nicht. Please no. Please nicht, ja, genau. Oh Gott. Mega, mein Blöcke. Lasst mich in Ruhe. Nein, ich habe den Ring verpasst. Da oben waren Ringe. Oh Gott. Ach so, das fährt nicht, das dreht sich nur unten. Da waren Ringe. Wir wollen doch mit über 50 Ringen ins Team kommen. Na gut, wie gesagt, das kann ich auch in der ersten Welt dann mal demonstrieren. Da ist das vielleicht... Scheiße. Schöwe, schöwe, schöme da. Gut, dann bleiben wir jetzt unten. Jetzt spiele ich das nicht nochmal zurück. Das ist soweit. Oh Gott. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich noch weiter runter darf. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt langsam dann auch der... der Tod auf einen wartet, wenn man da unten ist. Äh. Ja, sweet. Hä? Okay. Ah. Ach du Scheiße. Das war wahrscheinlich Glück. Äh, das war mit Sicherheit Glück. Nein! Und das war mit Sicherheit doof. Nicht so sweet. Okay, wo hatte ich den jetzt eigentlich hier am Anfang, ne? Einfach so. Ja gut. Werd ich jetzt auch lassen können mit reinleben, aber gut. Uuuuh. Na gut, dann können wir auch nochmal versuchen, oben rum zu gehen. Ach. Nachdem ich das jetzt ja raus hab, wie das geht. Ah. Komm schon. Gip. Nein! Toll. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Der springt aber auch nicht doppelt. Das ist einfach doof. Na komm schon. Nips. Ach, Mann. Dankeschön. Puh. Spitz. So, jetzt kommen wieder die lustigen Blöcke. Dann kommen die lustigen Blöcke. Au. Die lustigen Blöcke. Nein! Oh. Au. Was ist das denn? Das war gemein. Okay, da war ein Save-Dings, dann mach ich hier auch ein Save-Dings. So. Das heißt, wenn man wirklich andere Wege geht, dann kann man die verpassen. Ich dachte... Ah, ah, ah. Ich dachte... Ich dachte vielleicht, dass man... Aber das war falsch. Ja, cool. Dankeschön. Ich würde gerne nicht ganz nach unten fallen, weil das war doch vorhin nicht der schönste Weg da unten. Oh, scheiße. Wie komme ich da wieder nur runter, ne? Kann ich hier nicht irgendwo... wieder nach oben kommen? Ne, wahrscheinlich nicht. Oh, ja. Wir sind wieder unten. Cool. Ach, jetzt. Das ist mal... Was... Warum? Ich hab den anderen... Ich hab das noch nicht so ganz verstanden. Wieso? Wann geht das denn jetzt? Ah, Mann. Wahrscheinlich in dem Moment, wo ich drauf springe, geht's auf und dann... Ah, ja, okay. Ja, gut. Dann halt so rum. Meinet weh. Das ist doch Müll. Eieieiei. Können wir da oben hin, bitte? Was bist du denn? Du bist ja knuffig. Tschüss. Aber nicht knuffig genug, um dich nicht zu töten. Aua. Vor allem, weil du selber auch... tötest du... Du bist gar nicht mehr knuffig. Du bist gar nicht mehr knuffig. Ach, fuck. Ich hab's mir anders überlegt. Du bist scheiße. So. Okay. Okay. Okay, das heißt... Warte mal. Geht das? Kann man hier? Achso. Das erklärt, warum da Münzen sind. Ich dachte, vielleicht kann man sich mit dem Zeug hochschießen lassen, aber das war dann... ein Irrglaube... ein Irrglaube... ein Irrglaube... Was kommt der Mist wieder? Ach, nee. cool. Richtig cool. Äh... Aua. Aua. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein. Geh weg da. Äh... Fucke. Dankeschön. So. Die Ringe holen wir uns wieder. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich wollte auch nicht... Tok. Tok. Wie. Lass mal einfach wieder durchrollen. Das lief gut vorhin. Sehr schön. Oh, hier unten kann man aber auch noch verlangen. Nein, tsch... Nicht so hoch. Sonnike. Sonnike. Was ist eigentlich da drüben? Ist das ein Alternativik, von dem ich komme? Ja. Doch. Aha. Ein Alternativik, von dem ich kommen könnte. Ich will auch... Ich will hier nicht rüberlaufen. Ich mag den Weg nicht. Ha. Ich mag den Weg überhaupt nicht. Das war schlecht. Nein. Ach, Mann. So ist gut. Ha. So. Jetzt sind wir wieder bei dem Arsch. Mit dem zwei Arschis. Also die drei Arschis. Warum sind wir vorne gestorben? Vielleicht kriegen wir es ja jedes Mal nicht hier zu sterben. Das wäre doch... zur Abwechslung mal was Schönes. Können wir bitte einen Ring einsammeln? Danke. Natürlich sterbe ich wieder vor dem... Ach. Weißt du? Natürlich sterbe ich wieder vor dem Ziel. Ist doch klar. Warum denn auch nicht? nicht. Act 2. In der Scrap-Brain-Zone. Du... Ach. Gut. Hätte man sehen sollen... Da ist... Da ist so ein Ding. Ist aber... Äh... Wenn... Ich will da hoch. Ich will da... Oh Gott. Ich glaube ich muss da sogar hoch. Kann das sein? Wie soll ich denn... Alter. Ach so. Das ist magnetisch. Ach so. Ach so. Ach aber nur wenn ich drauf... Äh. Nur wenn ich richtig drauf gelandet bin. Ja gut. Das muss doch mal einer suchen. Das weiss ich doch nisch. Mensch. Jo. Wie soll ich denn da hochkommen? So nimmt das jedenfalls nicht an. So nimmt das an. Sweet. Okay. Okay. Ich glaube das ist der oberste Weg den man gehen kann. Oben ist immer gut. Vorsichtig. Nicht springen einfach. Einfach nicht springen. Das ist gut. Uah. Okay. Die explodieren im Off. Und damit tun sie mir nix. Hihihi. Ausgetrickst. Ich seh die Ringe da unten. Wollte aber auch erst kurz gucken was da oben ist. Erstmal die Ringe holen. Dann würde ich gerne da hoch. Ah. Ich muss aber sowieso da hoch. Nein. Das war blöd. Klingel. Ringe. Ringel. Ringe. Ringel. Okay. Wie. coisas க unwillinges. Und Tanzshielders. Was gleich wieder weg ist wahrscheinlich. Wenn ich mich bisschen doof stelle. Jupp. Ah, ist echt nicht. Inge, bitte, danke. Oh, was ist das denn? Huch. Geht das auch zurück? Okay, das ist one way. Okay. Ach, Schei, was? Och, nee, nicht. Och, nee. Nein! Ich hab's gefühlt. Ich hab's gefühlt, dass es schief geht. Ich habe es gefühlt. Ah! Au. Okay. Wir gehen wieder oben rum, oder? Fucke. Ich denke, wir gehen wieder oben rum. Toc. Schwupps. Okay. Und hoch. Nein, jetzt hatte ich. Hoch. Wobei, hier kann's eigentlich auch schlimm bleiben. Das ist okay. Das ist alles okay. So, und durch. Ich bin ein bisschen vorsichtig hier. Wo bin ich vorhin? Ach ja, ich weiß wieder. Vorhin der lustigen Stachel bin ich vorhin. Oh mein Gott. Erst kurz die Coins hier holen. An der da. Die war nicht nett zu mir vorhin. Jetzt ist sie netter. Uah. Und das Schild habe ich vorhin direkt wieder verloren. Was auch blöd war. Das wäre schön, wenn ich jetzt nicht gleich wieder verlieren würde. Wobei das am, äh, zerquetschen nichts endet. Ach, scheiße. Stimmt, aber am zerquetschen endet so ein Schild eigentlich gar nichts. Müssen wir, können wir einen anderen Weg bitte gehen? Ah, shit. Ich muss den Zerquetscheweg jetzt gehen, ne? Warum bin ich eigentlich nochmal hier entlang gelaufen? Äh, äh, äh. Okay. Aha! Wie gemein! Da muss man sich dupen. Okay, hier nicht. Oioioioioioioi. Was ist das denn? Da komme ich zwei Hähnchen, aber warum? Ach, ich habe mich erwischt und er mich auch. Ah, natürlich. Ja, natürlich. Immer, immer eine Lücke, immer eine Lücke. Weiterhin immer eine Lücke, immer eine Lücke. Okay. Gut. Konsistenz ist gut. Oh, was? Alter. Ey, siehst du noch hin. Einfach durch. Hu! Da kam sie nochmal unten entlang gefahren. Habt das gesehen? Alter. Was ist denn gemein? Ist schon wieder so ein Teil hier. Boah, Eggman ist schon... ... ... ... ... ... ... ... ... Nein, ich dachte, ich reich... ... 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 Finde ich gut. Act 3 kommt jetzt. Finde ich gut. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass wir das noch... Äh, okay, kein Act 3. Dann mache ich doch mal hier einen Save. No, Actman, no! Ach so. Ah, wir sind jetzt in irgendwelchen... Okay, alles klar. In irgendwelchen... Ruinen gelandet. Wo ist das jetzt so ein... Du musst das Ding immer wieder zum Fahren bringen, Level. Und irgendwo einen Schalter drücken, dass das Teil weiterfährt. Nee, okay, es geht einfach so weiter. Ist vom Aufbau eigentlich so wie die, äh, Unterwasser-Ruinen-Dinger da. Oh, es ist genauso wie die Unterwasser... Ist das lila? Das sieht ungessen giftig aus. Nee, ist einfach nur... Einfach nur eine andere Farbe, damit es mystisch aussieht oder so. Glaube ich. Keine Ahnung. Du, 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 du. Mir ist eigentlich genauso wie die Unterwasser-Dinger. Nur andere Farbe eigentlich, wenn man so will. Können wir einen Ring? Oh, das waren einige Ringe. Dankeschön. Sehr freundlich. Nein, ich will da hoch. Ich will da hoch. Wow, den hab ich gar nicht gesehen. Dankeschön, aber... Ja, ich, ich, ich suche ja schon. Äh, Blubberbläschen irgendwo? Fuck. Keine Blubberbläschen. Okay. Oh, kann ich, wenn ich jetzt hier vorher... Uh. Ist das jetzt ein Secret? Oder zumindest eine Abkürzung? Oder zumindest ein... Das ist auf jeden Fall ein komplett anderer Weg. Vielleicht eine Abkürzung. Ist mir gerade so eingefallen. Huch. Scheiße. Ich hab nicht auf... Aha, ich hab nicht nachgedacht. Stimmt natürlich, wenn ich hier schneller bin als das Teil. Dann kann ich hier runter. Ob das der schönere Weg ist, wird sich zeigen. Aber vielleicht ist es da schneller. Das allein wär's schon wert. Können wir bitte den Ring einsammeln, wenn ich schon drüber falle? Mann. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem... Also vorhin, ist schon lange her, aber... Ja. Das ist das, was ich... Also meinte, als ich sagte... Dass manchmal die Ringe nicht sofort einsammeln nach dem Getroffenwerden. Sondern selbst Ringe so ne... So ne... So ne... Dings haben, bis sie wieder eingesammelt werden können. Das find ich ein bisschen doof. Die sollten eigentlich immer einfach aktiviert werden. Denn obwohl man den Ring berührt, wird er quasi nicht als eingesammelt gewertet. Okay, das scheint allerdings ein ziemlich schwieriger Weg zu sein. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich gehen... Aber jetzt sind wir ihn eh schon an... Jetzt haben wir ihn eh schon angefangen. Und der scheint trotzdem schneller zu sein. Zumindest von der Position der sind wir schon viel weiter rechts. Okay, ich nehm an, da oben ist ein Schalter. Das ist doch... Das ist blöde, unsichtbare Ding. Nein, und dann kommt der von da drüben auch noch. Oh mein Gott, Mann. Ei, 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 ei. Act 3 haut hier ja nochmal richtig rein. Aua. Ich glaub, wir machen das beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.